Hallo mein Liebsten! Hartlich Willkommen zurück hier bei Eat Blood Love. Ich bin Lisa und Hüt geitert endlich mal so richtig ans Angemachte, also ja auch ans Angemachte, aber an das Inmogte. Denn das Föhrjahr kommt so langsam und damit kommt natürlich auch die ganzen Hormone wieder hoch. Also wenn die Natur so langsam bei der Erwachenheit und das ganze Oxytocin sieht langsam wieder bemerkbar Mockenheit kommt hier auch die Föhrjahrsgefäule. Und genau um Föhrjahrsgefäule, um Flirten, um Komplimente Mocken, um Dates of Mocken und um Kosinom geitert Hüt in diesem Video. Und blieft um jeden Fall bitter und Ende vom Video dran, denn ganz am Ende kommt noch wirklich die plattesten Anmogs-Sprüche, die ich in den Wieden des Internets finden können. Und ich möcht noch sagen, simspidusen Anmogs-Sprüche kann platt nicht helfen. Fangt wie Glicks an, a single quasi, wie die Person, die uns interessieren, leid antauschnacken. Also die Regel Nummer 1 ist natürlich, ein Smustern läuft immer. Da muss man nicht mehr platt verschnacken. Da muss man gar kein Wort verschnacken. Einfach vertöbern Smustern und weiß locker, weiß schön. Aber ich käffe natürlich auch noch ein paar Sätze für Schau parat, der dann ein einfacher Mocken dauert. Wie Tom Bispel. Hey, ich käffe leider keine Ahnung, wo ich die anschnacken können. Zum Mocken sagt halt einfach so. Oder du bist mit Glicks obfohlen. Oder die ein Smustern ist vertöbernd. Ich käffe auch ob die Smäten. Ich bin hell und doll weg von die. Und wenn ihr dann schon mal das Gespräch anfangt habt und ein Smalltalk schnackt habt, dann könnt wir Glicks ein Schrittchen wieder gehen und fragen, möchtest du mal einen Kaffee mit mir trinken? Oder hast du Lust mit mir eine Runde spazierentagern? Wenn die noch ein Bänden was hemmen möchtet, was die Person gegenüber von Schau vielleicht doch noch ein Bänden mehr tausend Muster bringt und Schau an Schau erinnern Lorten da hat. Dann Tom Bispel. Wenn du mich kennenlernen möchtest, musst du dich beihlen. Wenn du dich beihlst. Oder hast du was vergessen? Nein? Na, mir. Oder sorry, ich käffe mein Telefonnummer verloren. Kannst du mir die nebogen? Ich kann hüte ein bannig schlechten Dach. Trinkst du einen Kaffee mit mir und rettest mein Dach. Küsst du mich hüte noch oder muss ich mein Dach baug? Aber werde anflunkern. Klöpst du an die Leif, ob den älsten Blick oder schall ich noch mal reinkommen? In der Tidnu ist das mit dem Singles offline kennenlernen ja auch nicht mehr ganz so einfach. Deswegen habe ich mir überlegt, ein plattet Profil wie der Online-Partnersuche ist auch eine ganz wunderbare Sorg, und mal Obtau fallen. Ob du der Menge einfach mal Obtau stecken. Also schrieft schauen Hobbys, schauen Lebensmissionen, schauen Wünsche, schauen Dröben, schauen... Ach, vielleicht Reiseziele, wenn das dann irgendwann geht, werde ich gehauen. Schrieft aber schauen, ob Platt in dein Profil. Ähm, man kann Platt-Schnackers ja einfach nur lesen. Wenn sie doch wie bei den Helps buchen dauert. Ob Platt dau schrieven, habe ich einmal das Video verschaue, wie man die Tastatur von dein Handy auf Plattüte stellt, sodass quasi das Telefon, die schon in der Stütten da hat, mit Plattüten flirten. Ähm, oder ob das Video dauert in Hobbys und ob wie mir Platt verstellen dauert. Die verlink ich, schau all in der Infobox. Nun sind wir so weit. Endlich! Wir hätten uns drum früh oder uns drum an, ob uns aufmerksam mögt. Und jetzt möchtet wir endlich das Date aufmocken. Mit einem, hast du Lust, ob ein Kaffee mit mir am Sonnenabend? Oder möchtet wir morgen Eis essen gehen? Und wie man ein Dräben aufplatt aufmocken kann und wie man auch die Glockteat abschnackt, dort habe ich schon mal ein ganz eigenes Video daumockt. Das müsste jetzt in der Infobox, in der Infocord kommen. Dort fix mal rup. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig, damit wir die Person auch erreichen könnt, machst du mir die Handynummer geben? Und wie die Handynummer und, ich bin ja natürlich färbereit, färschau, habe ich schon ein Videomockt rund um die Tolle. Das müsste auch jetzt in der Infocord erschienen. Also, guck schau das Video an, tauch, wie möcht die Dräben auf und wie schnackt ihr über die Ohrtit, damit ihr das Date aufmocken könnt. Und danach, damit ihr die Handynummer, die Tolle, auch schön und platt sehen könnt, guck schau, liegs auch das Tolle-Video an. Nun sind wir auf den Date. Wie habt ihr alles schafft? Wie habt ihr das Date aufmockt? Wie habt ihr die Handynummern richtig uttuscht? Wie habt ihr die Teet passmockt? Und nun sind wir bina, ne? Und jetzt kommt die hohe Kunst vom Flirten. Ob platt. Und zwar die Komplimente. Nun kommt endlich die Komplimente. Und ich hab eine ganz säude, nette, lebevolle Outwall und platt an Komplimenten für Schau mitbracht. Sie könnt ihr natürlich für Schau umwandeln, aufwandeln, wie sie möcht. Denn das Schöne an Komplimenten und das Wichtige an Komplimenten ist ja, dass ihr wirklich von Harten kommt und nicht utwendig leert. Aber damit sie einen baden kreativen Influss von mir kriegt, die Lütsche Lisa quasi, ob sie schon schulden, die schon baden halten, ähm, kommt jetzt wunderbare Komplimente. Und natürlich, weil wir doch Norddütsche sind. Also, jetzt kommt nochmal zwei Komplimente. Die sind absolut norddeutsch. Mit, du bist mir nicht ganz unsympathisch. Also wirklich das höchste der Gefälle. Und, doof, finde ich die nicht. So, wir habt das Date nur hin und uns. Wir habt die Komplimente raushauen. Wir habt das fast ein Save. Nur ist nochmal wichtig. Nordem Date. Wir habt ihr die Handynummer. Wir könnt uns nochmal melden. Nordem Date kommt dann nochmal ein. Wenn man sich dann nochmal wieder treffen möcht. Und, oh danke, das war ein bannig schöner Tag mit dir. Das war ein bannig moier Tag. Ähm, du hast mich einfach vertöbert. Oder, ich freu mich als bannig. Die hat nächstes Mal taussehen. Wir habt das schafft. Endlich. Die Date-Phase ist vorbei. Die ganzen hohen Gefäule sind nur. Alle Komplimente. Haptorgen. Yes. Nun sind wir da oben. Und, der Tit von den Kosenorm fängt an. Die wundervollen, platten Kosenorm. Dann wie schwer. Mein Dern. Mein Jung. Mein Goldstück. Mein Engel. Mein Muß. Der Flüschmars. Mein Schiedbüdel. Mein Leifster. Mein Säute. Mein Lötsche. Mein Groder. Mein Drumfu oder mein Drummann. Mein Hart. Mein Stern. Und, ob Platt richtig taussehen, wie Leif man jemanden hätt, ist, ich leif die. Ich heff die Leif. Oder, dass du mein Leifsten bist. Ja, und ich würde mal sagen, wenn wir an dem Punkt ankommen sind, dass ihr schon Leifsten empfunden habt und das sehen könnt, dann wäre sie nur ein Gautverbreit und platt. Mit Hochtitvieren und platt. Das kommt dann im nächsten Video. Nun habe ich ja noch den Bannich-Platten-Anmarksspröck versprochen. Und der kommt hier. Oh, ich freu wieder jetzt schon rum. Hättet eigentlich Weidorn, als du vom Himmel vollen bist? Die Mörd den Feud begann schon Weidorn. Du bist mir die ganze Nacht durch den Kopf gorn. Die Farbe von den Och passt prima, Tommy in Bettwäsch. Ist ihn vorder ein Dave? Er hätt die Sterne von Himmel holt und in den Ogen lecht. Sind die älderen Architekten? Du bist so bannig gaut baut. Ich hab mein Schlördel verloren. Kann ich bitte schlocken? Kann ich mal den Puls fäulen? Du siehst so errächt ut. Ist die Norm Google? Du bist eins, was ich socht hab. Ich bin näher in der Stadt. Kannst du mir den Wecht-Taudino-Hus zeigen? Eigentlich bin ich auch kein Typ für eine Nacht. Aber für die würde ich eine U-Norm mocken. Ich bin so schlecht im Bett. Das musst du einfach für lebt haben. Ey Schnitte. Schon vielleicht? Ich bin Möbelpacker. Kann ich dir beim U-Trecken helfen? Gif dat in Düsselstadt noch andere Sehenswürdigkeiten. Neben die. Ich würd gern mal mit dir frühstücken. Treff ich die von Abendessen in Lorden. Ich bin vom ADAC und würd die gern abschleppen. Du siehst so bandig zerknittert ut. Du rövig du einmal öbebögeln. Ich will gar nicht mit dir ins Bett. Direkt unter das Sofa. Wenn du mit mir schlappen willst, dann smoothst du einmal Kot. Okay. Verspreck mich bitte, dat G dat niemals. Niemals in echt anwend daut. Bitte. Okay. Als Fazit von dem plattdeutschen Flirten und dem plattdeutschen Feriasgefäge. Wer ist maudig? Wer ist ehrlich? Egal ob Hochdeutsch oder Plattdeutsch. Gnäht dat Leben und wer ist einfach open für alles? Ich kann nur sagen, ich kann Bandig Feldsportset 1 Rutschau sägen. Unter Hopentau stellen. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ein von der Anmachsspröge wie Schau vielleicht doch mal klappt hat. Oder ob ihr noch andere feine Anmachsspröge habt oder andere Gaudi Ideen. Abonniert diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Dann kijkt doch gern bei Eat Blood Love, wie Facebook und wie Instagram vorbei. Und ich freu mich bandig darum mit Schau wie dem Plattdeutschnacken.